Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zum Recap der aktuellen Fairytale Episode 180 Hungrige Wolfsritter. Jetzt kommt endlich mal wieder eine Folge, die mir richtig, richtig gut gefallen hat, im Gegensatz zu den letzten zwei, die ich jetzt leider nicht so stark fand wie sonstige Fairytale Episoden. Ja, im letzten Part ist das erste des Sabertooth-Mitglieder gefallen, der liebe Nettel Rufus. Nun warten natürlich noch vier Leute vor den Sabertooth, die noch fertig gemacht werden müssen. Und ansonsten von den anderen spielt ja eh nur noch hier natürlich Lamia Scalemith mit ihren drei Mitgliedern und eben die, ich vergesse jedes Mal ihren Namen, Kagura. So, Kagura, war schon Kagura. Und da freuen wir uns natürlich alles auf die Kämpfe. Aber in dieser Folge lag hier der Haupttapier eben nicht wieder auf das Turnier, sondern es ging wieder eher um die Rettungsruppe von der Lucida. Aber eine wichtige Sache wird erklärt, nämlich wie es weitergelaufen ist nach der Aktion da, wo der, 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 der Sting hier einfach den Gildenmeister niedergestreckt hat. Zumindest sah es so aus, also einfach so ein Loch im Bauch, aber das stört die Leute ja hier nicht. Zumindest waren die Leute dann eben danach ein wenig, nennen wir es mal, überrascht. Und außer natürlich die liebe, nette Minerva, die danach eben dann, ja, erstmal gesagt hat, mein Vater ist down. Ist mir doch wurscht. So, richtig nett halt. Und sie hat eben gemeint, eigentlich hat er schon verdient, der Gildenmeister, weil er sagt ja auch immer, nur die Stärksten überleben. Und ja, wenn der verloren hat, dann ist er ja nicht mehr der Stärkste. Und dann hat sie einfach gesagt, hey, der sollte aus der Gilde rauffliegen und du solltest der neue Gildenmeister werden. Und sie hat was über Lecter erzählt, ich hab's ja schon geahnt, dass Lecter nicht ganz weg ist. Sie hat gemeint, dass sie den Lecter irgendwo wegtransportiert hat und sollte er, äh, die, also sollten sie das Turnier gewinnen, das, äh, Dingsda, nicht Tendrioji, äh, Daimata Ambu, äh, dann wird sie Lecter wiederholen. Ansonsten wird er sterben. Und, äh, er sagt ja das mit dieser Kraft der Gefühle, also das, was hier auch, ähm, Dingsda Mavis ungefähr 10 Minuten erklärt hat beim letzten Kampf zwischen Natsu und den, äh, Sabertooth-Leuten hier, dem Drachenduo. Und ich denke, ich bin sehr gespannt darauf, was dann der Sting jetzt noch so reißen wird. Ja, das war aber nur hier am Anfang. Danach geht es eher weiter in den Höhlen. Wir wissen ja, die sind ja gefangen in diesen Höhlen und versuchen einen Weg rauszufinden. Ähm, und nach einer Weile treffen sie auf einen alten Freund und, der Freund ist es falsch gesagt, aber den Arkadius, diesen älteren Herren, den, der, äh, den Plan hier hatte eben, mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem, ja, in die Vergangenheit reißen und, äh, ihn, den, 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 oh, wie heißt der nochmal? Es gibt so viele Namen in diesem, in dieser Serie und den, den, den Böse, äh, endgültig zu töten. Das war ja sein Plan. Und ja, ähm, dann wollten, äh, dann, äh, als sie ihn finden, ist er ganz verwundet und sagt, lauft, lauft weg. Und, äh, sie machen das natürlich nicht und wollen ihm helfen, aber dann kommt hier, ähm, eine Untergrundorganisation eben von dem König, Königreich. Und diese heißt, oh, Leute, warte, warte fünf Sekunden, so, ich schaue es mir ja gerade noch an, die Garunites heißt es. Die Garunites, ähm, äh, sind fünf Kämpfer und die, uh, haben schließlich mal einiges drauf, wenn sie hier ist, die stärkste, äh, Truppe vom, von der Hauptstadt von Fjore gelten. Und, äh, ja, ein Kampf und brennt dann zwischen denen, weil die sind eben die, die hier unten in den Katakonten eben die Verbrecher erstmal, äh, alle machen. Ähm, und, äh, beste Szene einfach mal, sie stehen da sich gegenüber und denkst dir das einfach, es kommt gleich der volle Fall und er erstmal dazu lacht und sagt, wie sehen die denn aus? Das war nicht so gut. Und, ja, dann, äh, am Ende beginnt ein Kampf zwischen, ähm, Wendi und Natsu und, ähm, also nicht zwischen jemanden, die beiden gegen zwei der Mitglieder von, ähm, der Gilde, äh, nicht der Gilde, von dieser Untergrundorganisation, den Garunites. Äh, ich weiß, ich weiß, einer ist Kosmos und die andere ist Kamika, Kamika, ja. Und, äh, die eine hatte eben so Blütenkräfte, also so Blumenkräfte, dass sie irgendwie so die ganze Zeit Blumen beschwören kann oder andere Sachen. Und die andere hat irgendwie so, so eine Art Konfetti, irgendwas Papiermäßiges, mit dem sie aber Energie absorbieren kann. Und das ist schon eine krasse Fähigkeit, da haben die beiden wirklich sehr große Probleme und werden erstmal fertig gemacht, muss man echt so sagen. Ähm, Jungsha Mirchen und, ähm, 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 und, äh, Panzerlili, die, äh, also Nulllili, äh, sind erstmal im Hintergrund und, ähm, ja, schauen, schauen erstmal, was, äh, wie sich das so entwickelt. Anstatt, dass sie einfach alle immer gleich angreifen haben, weil es muss ja die Spannung gewahrt werden, dass immer 2-2 oder 1-1, es darf ja nie irgendwie unfaire Zahlen sein. Und, ja, die beiden kämpfen dann eben gegeneinander, auch eine sehr gute Szene, die ich, äh, sowieso, was ich fand, wo sie da sagen, hey, die beiden, Wendy und Natsu harmonieren so gut, die kämpfen so gut gegeneinander, äh, zusammen. Äh, und dann, dann irgendwer sagt, ja, bei einem anderen, äh, bei Garcil, da war, äh, ist es nicht so gelandet, äh, so gut gelaufen, da gab's einen nicht so guten Abgang. Ihr natürlich sicher noch, wo der Natsu dann in die Lore reingeschutzt hat und dann diese Lache nachkam, dieses Kihi, das war so gut einfach. Beste Szene. Ja, und, äh, dann am Ende, ähm, greifen auch die anderen Mitglieder an und, äh, von, 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 ähm, der Organisation und, ähm, auch Mirjen und, äh, Lilly tun angreifen. Aber, äh, die Folge endet mit einer nicht so guten Sache, nämlich, dass die Wendy von einer dieser Blumen verschlängt wird. Und, ja, tot schätze ich mir jetzt nicht, davon gehe ich jetzt mal sehr stark aus, aber erstmal zumindest ist es kampfunfähig. Und, ja, das sieht jetzt nicht so gut aus für unsere Freunde hier. Im Turnier sehen wir jetzt, dass der, 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 äh, Sting mit voller Wucht wahrscheinlich jetzt gegen alle kämpfen wird. Ich denke, der wird ein sehr großes Problem darstellen. Und, äh, dann zum anderen hier noch, ähm, eben, 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 der, 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 ähm, die Untergrundorganisation. Ich hab schon wieder Namen vergessen. Die sind, die werden, die werden jetzt in zwei Folgen alle gemacht und dann kommen sie eh nie wieder vor. Ähm, aber zumindestens, die, ähm, sie scheinen auch recht stark zu sein. Und, äh, da bin ich jetzt echt gespannt, wie sich das so entwickelt. Und, was natürlich aus der Wende geworden ist, aber sagen wir mal ehrlich, die, die werden nie tot sein. Also, das wäre schon ein wenig, ein sehr merkwürdiger Ton. Einfach so blubb und weggefressen. Da stelle ich mir irgendwas Größernes vor. Äh, muss ich sagen, wieder eine Folge, die mir sehr gut gefallen hat. Einfach mal gute Proportionen und Humor, ähm, Dings da, äh, kämpfen und halt auch einfach Spannungsaufbau. Was mir halt immer in Fairytale gefallen hat. Die letzten Folgen waren halt, äh, meines Erachtens viel zu viel, viel zu viel unnützes Zeug, um es so zu sagen. Und das war jetzt mal wieder eine echt, echt super, super Folge. Muss ich echt sagen, neun von zehn Punkten. Echt, hat sie mir sehr gut gefallen. Ja, gut, ich denke, dann können wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, äh, Cut machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Fairytale hier, Folge 181 und sie heißt Fairytale gegen die Hinrichter. Oh, der Kampf geht weiter, freu ich mich darauf. Bis dahin, ciao.